eigentlich muss man heute zu prozent werden muss jeden verdienen ja ja wird sowieso zu prozent oh gibt es auch keine verklumpereien spiele diesmal nicht ja kann man sich auch ein paar die spielen wie im vorigen port als wir uns sind warum leute also es hier wird hatte passiert ist die messe 1 2 3 4 ist einmal ablaufen ja da sind wir die zeit ablaufen als er dort kommt oder so das hatte man lässt sich fünf sekunden mache ich ja sie mit wieder drei treffen so wie diesmal nicht diesmal gibt es einen anderen punkt und jemanden winter und es ist es gibt das muss doch reichen ja ein super tomtom nicht zwei toll was bringt das mir gar nix ja dass die münzen gar hätte kommen schon können immer zu spät der muss man das wahrscheinlich für immer vorbei bis zum nächsten bruder mit besuch das sieht das spiel spielt den sternen also gibt es auch hin zu betrachten Nööö, nööö, super Tomtom, ja. Ja, es ist der Gönes Muslim vorbei, ja. Schade. Nööö, es ist der Gönes Muslim vorbei. Nein, Leute, es ist der Gönes Muslim vorbei. ich werde mit dem controller nach vorn bewegen schon lange nach lange zogen sind ja so unternehmen und noch mal daneben ja leck mich doch für den checkpot haben also geht doch so klären nach den scheiß 1 zu wenig zu wenig weg damit 5 einmal verloren ja auch nicht ja nur den controller sind hardcore wahrscheinlich die rontano gemacht weil er so schwere Sachen so mag. Aber er ist der Mago Party ein echter Drage Kid hier. So muss ich sagen, ja. Tom Tenno Controller. Ach, es wäre eine Ehre, wenn ich das Controller hätte, ja. Mit seinen Segen, mit seinen... Wie sagt man? Mit seinen Dingsbums da. Mit seiner Auszeichnung, mit seinen Autogrammen, wie man so schön sagt, ja. Ich muss viel nachdenken, weil ich so verblöde. Das bin lieber einfache Wort, ja. Komm, ein Fragezeichen. Yes! Super Tom Tom. Oh, nee, scheiße. Das war gerade so lustig, ey. Minus Vlog hat sich gar nicht gelohnt. Ich wollte auch ein super Tom Tom haben. So ein Scheiß, ey. Nein, also nein. Er kann bloß er vor den Steinen mehr lücken lassen, wenn er auch für die Ausrasten tun. Also wenn ich das wahre Wage Kiddies ja und hier verkack ich wieder. Können ja keine Münzen abzugehen, dann gehst du wenigstens ein super Tom Tom Tom, ja. Super Tom Tom. Super Tom Tom ist so geil. Ich krieg nichts. Hätte ich lieber nicht sagen sollen. Schöne kann sie mich jetzt sensiert, ja. Oh Gott, Eureationen sagen. Aber das darf ich ja wahrscheinlich beim Aporti nicht. Das ist ja eigentlich verkackt. Spider-Kirke kinderfreundlich, bin ich aber nicht. Marking, scheiß Dreck, siehst du? Stimmt schon vor, das hat, aber Eureationen ist aber ekehaft, das darf man wirklich nicht sagen. das verstehe ich schon ein bisschen mit dem Spiel, ja. Sollte es ja auch pervers, ja. Und 2-3-Kirke ist nicht pervers. Nein, bin ich nicht. Und Tottel wieder abzocke machen, ey. Kann er kein Minusstern verschenken? ein Setster, ein Antitode, oh, 1. Jetzt wieder Super TomTom. Los, los. Ich werde Super TomTom. Los, 1. Scheiße. Und jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss. Der Genussmoment ist vorbei, für immer. Oder bis zum nächsten Besuch des Bretts, ja. Scheißen Dreck. Kann man aber nichts machen, angelappt werden von ihm, H-Kiddies. Wenn man leider nicht mal angelappt. Scheiße, ey. Nicht gut. Nein. Nicht schön. Ich werde aber Super TomTom. Super TomTom ist mein Freund. Moment. Obwohl ich keinen Super TomTom kenne, ja. Ja, käme Tom kenne, nee. Also kann man ja, ja, was ich reden tu, Leute. Wisst ihr doch, ich denke nicht nach. Ja. Denken tut mir meiner Seele weh, ja. Sag ich's mal so, ja. lieber verblöde, das ist viel geiler. Hab sag ich ja auch, Mark hat für den Mark hat 64 LPR gesagt, wer sah die Binnen intelligent, krieg'n Schlag in die Fresse von mir seelisch. Ja, diese haben mir heute gefallen. Die mögen auch Idioten. Mit den Kontrollagenturen schon schwierig werden. Man sagt die, oh, schaffen wir es noch? Nee. Müssen die Uhr ablaufen lassen, Leute. Das schaffen wir nicht. Was, Mann. Das schaffen wir nicht mehr. Nee. Tut mir leid, aber geht nicht anders. Bin so arschig und mach mal einen vollen Zehner. Ja, das ist irgendwie Mobilfunk, ja. Ich werd kein WLAN bekommen, das sag ich auch im nächsten Part. Warum ich keinen WLAN bekomme, ja. Nee, das werd ich im nächsten Part erzählen. Ja. Das hat nämlich einen bestimmten Grund, warum ich keinen WLAN bekomme. Ja. Sag ich nur so, ja. wofür bist du für Mario ist der blaue hier. So. Ja. Acht, neun und Bäh.